Musik 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 du hast aber ich hasse diese Map ist scheiße die ist viel zu klein und spornst du direkt gegenüber aber ich hab ja die neuen Kanonen und mal gucken wie das jetzt funktioniert sind das nur Schiffe oder auf Boden nö das sind auch Basen und so'n scheiß also kein Torpedo Torpedos eh scheiß eigentlich meistens du kannst auch Schiffe also mit der 800 Kilogramm was hast du für ein Bomber überhaupt B25 zu er dass ich kein Torpedos oder mit dem macht es keinen Sinn vielleicht hast du Torpedo aber du musst erst freischalten nur die größten Bomben die es gibt das ist immer gut als Basen wegbomben kann sie Panzer leichter mit treffen die Bunker und so bla bla nice alter oh das lädt sogar gar nicht mehr langsam nach ich hab jetzt nämlich die 23 Millimeter Motorkanone bei der Jak 9 P P genau Jak 9 P oh das war nicht die am runterdiven ist ich komm einfach mit diesem Ding nicht hoch weil es keine Ahnung geht irgendwie nicht ich kacke ich muss mir die Geschirke halt aufnehmen ein bisschen ja die Spitfire geht auf die B17 ist gut die kill ich jetzt nein die eine Spitfire hier welche Spitfire meinst du denn die die auf mich geht ah der Kackler ist jetzt tot das ist halt auch die Hände machen das ist ja ha 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 oh scheiße ja den hab ich nicht gesehen ich hab mein Motor ist aus nein das jetzt nicht oh man ok gut ich hab mein Motor ist aus toll das kann ich nur versuchen hier naja ich kann nicht mehr richtig steuern sogar ja verkackte Scheiße wie das kann hinter mir wie hinter wem das kann ja hinter mir ja und egal aber die neue Kanone bei dem Ding ist richtig geil jetzt ne hey wie weit unten bist du denn ja Spitfire immer noch du bist gespawnt und dann ist die Spitfire hochgekommen oder was ja wie geht das denn das Spitfire kann eigentlich gar nicht gut steigen ich bin wie so ein kleiner Cheater ey na egal passiert konntest du wenigstens was machen mit den Bomben man das kannst du alles vergessen hier sind einfach keine Gegner die sind ja wer zu hoch oder wo ist das denn da hinten also ich glaube es da vielleicht ist Fuzi-Dinge das kannst du auch schon wieder vergessen weil die einfach alle übelst hoch sind und ich geh nicht hoch und die Typen die unten sind werden einfach instant weggeholt schon wieder einer weg da sieben die kann ich holen scheiße oh nein ich weiß da kommt irgendwas und noch was für eine Abschutshilfe aber nicht jo wahrscheinlich ich ja sie hab einen kritisch aber das ist okay kannst du vergessen die ist einfach viel zu wendig und dann kommt noch ja drei Leute Junge boah alter direkt an meinen Eiern haben sie gekrault das funktioniert das funktioniert manchmal nicht so gut wie es eigentlich sollte stelle ich auch manchmal fest aber dann musst du während du hochsteigst musst du so komisch schon rumwackeln und dann geht das meistens oh die D9 ist immer noch geil ey die sind am besten finde ich joa was will er denn machen hier hey don't add oder was ah der will auf die Wellington was für ein blinder Idiot oh jetzt hat er mich doch gesehen total oh ist er kritisch getroffen tut mir echt leid ey viel Spaß beim sterben hässlicher Spaß ah 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 tot ja 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 die fuckwolf geht wahrscheinlich eh gleich wieder auf mich ja die fuckwolf geht wahrscheinlich eh gleich wieder auf mich oh nö mann ich hasse das wenn man diese Leute die Hände und Hände wollen es ne oh guck mal er läuft wo drin trifft aber nicht richtiger Kacklappen ey jetzt geht er direkt ins nächste Hände und Junge ja was ist da hier passiert trululu oder wat ey jetzt hör doch auf zu diven oh jetzt kommt er wieder oh jetzt krieg ich auch nur eine Abschüsshilfe mann ja deswegen fliege ich grad sind recht hoch ich hab nur es gefallen macht ich mag diese Arcade Models von den Russen ey ja oh ist ja ein Band geschossen ich mach mal ein bisschen mehr und jetzt zieht hilf stirb doch mal jetzt ja wahrscheinlich krieg ich Abschüsshilfe klar die sind in der Bahn es ist keiner wo denn da unten oder was das juckt doch keinen muss halt hochfliegen ja die sind noch oben aber steif als in der Bahn ja wenn du höher spawnst als die müsstest du eigentlich denen ausweichen ja ich geh da nicht runter da sind wir zu viele wenn da so zwei oder so wären ja ok aber nicht wenn da so fünfe ok jetzt sind die eh alle tot die sind noch alle tot ich weiß gar nicht was willst ja die Bomber da hinten schillen die einfach ihr Leben weil die die ganze Zeit in unsere Base rein oh nice warte mal ah übelster Lappen Junge richtiger Lappen der hat keinen Plan wie mein Japaner benutzt aber ich geh lieber auf den klar du kommst hinter mir her ich fick zwar keine 600 kmh ne aber du kommst auf jeden Fall hinter mir her fuck ähhh ja 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 triff nicht ist gut trifft er jetzt kann er jetzt treffen ich weiß ja kann er wo ist er ja der Skill Junge das hättest du sehen müssen ach so fliegt man Deutsche nicht so wie du das machst du Spass fuck oh das war ein Fehler das war ein Fehler du Spassi ja boom Junge erst mal direkt die Kontrolle verloren beide BAM Junge Skill gewinnt fucking Spitfire weißer ja ich bin leider etwas schneller glaube ich hier Leute ich sollte zumindest schneller sein also nochmal LOL das Schiff tötet mich kann mir einer verraten warum eine Spitfire schneller ist als eine Dora ok dritter Pütters Lappen das ist ein richtiger Lappen bitte wie schlecht kann man sein ne dass er auch noch umdreht ja ok jetzt kann er wieder instant umdrehen weil er das Gipfire hat Löschen also ok Lappen alter das ist noch nicht mal die Dings Version oh ne das ist die 2 ja egal scheiß drauf worth it ich habe ihn auch gekillt den hässlichen Wichser mit seinem Premium Flugzeug ok ich habe auch weh ich aber egal äh 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 ja danke der Typ der mir den Kegel geklaut hat war es nicht jetzt tja weil das macht richtig viel Sinn da kriegt man am meisten Punkte von weißt du das von ran der Flieger treiben unsere Basis dann wir messen sie aufhalten Uhhh die Faser guter Fluss geht's Da ist es der Fluss läuft und wir müssen sie aufhalten und wir müssen sie aufhalten und sie hätten sie aufhalten Mite沒 wieder oder lost der Fluss kommt die Fluss kommt runter ich kann sie ... Ja, für eine Abschusshilfe würde ich mal sagen. Oh, mein Steuerknöppel. So, mal gucken, was wir überhaupt gemacht haben hier. Kein einziges Mal die Statistik angeguckt. Ja, geht doch, ne? Das war auf jeden Fall besser. Gut, dass das richtig schön laggt, Alter. Ich hasse das. Das sieht auf jeden Fall besser aus als das andere Mal. Dreimal mehr habe ich bekommen. Das ist auch gar nicht προistancido. Drei Malen. Daygный. Basel. Das ist . Die Laus京stik. Vielen Dank.